Ok, warte, hast du zwölf, zwölf Kisten? Das ist schön zu sagen hallo, wir sind jetzt zum Case Opening da, ich öffne jetzt zwölf Handmans Kisten. Handmans Kisten. Okay, die erste ist ne CZ 75 Auto Twist. Ihr Scheiße. Deswegen geht's gleich die nächste. Och nochmal. Ah ok, immerhin zwei. Endenfalls kannst du so konverten. Ja ernsthaft so. Dritte oder was? P90 Modul zwischen zwei CZ Auto. Ich werd mit dem nächstes nochmal ne Modul. So. Bison Antik. Alter was für ne Ranz. Da hätt man mit dem Geld echt in die Spiegel gehen können. Kaffst du auch nochmal Tomaten? Ne. Boah. Alter was für Afrika. Ich kann jetzt nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich hab grad ne P2000 bekommen. Was lasst du zur Küro? A OG Drehmoment. Doch ok. Die sieht ganz schön aus eigentlich. Aber nix wert. Ja ok. Die Leute wollen Geld sehen. Ja. Oh ey. Scheiße. Muss halt schon Glück haben Alter. Ganz ehrlich gesagt. Tag 9. Alter wie das pisst man. Das ist doch nicht nach feierlich Leute. Ich glaub ja 5 Kisten hab ich noch. Oh komm schon Alter. CZ Auto. Also Johnny verkaufst du ne World 10 nicht. Ne. Das ist doch so richtig hässlich ey. Ne Galil. Kami. Boah ich finde ich hab ein Messer verdient. Aber. Tag 9 schon wieder Alter. So die letzten beiden. A OG Drehmoment. Ja ok. Na gut. Jetzt bin ich schlauer. Jetzt verkauf ich die lieber immer. Du hast jetzt nichts gescheites rausbekommen. Na noch ne Auto. Shotgun Himmelswächter. Oh die kann ich mir geben Alter. Die ist nice. Na gut. Ok. Danke fürs zuschauen. Und danke auch an meine lieben Klarmitglieder. Danke. Danke.